Gleich geht's los. Ach du Scheiße, das wird nicht lustig. Wo ich sagen muss, spontan hat der Angriff der Schlange schlimmer ausgeschaut auf den ersten Blick. Oh, jetzt trotzdem Verteidiger. Und das ist eigentlich eine kluge Idee, hier ritterlos zu schicken, während das Mangenfeuer aktiv ist. Eigentlich nicht. Die geht schon mal in Position, ich baue euch hier. Oh, fuck. Doch, ich hab Bogenschützen hier oben. Ja, super, ein Sturmbock. Ich hasse es. Darum kann sich aber eventuell... Ach du Scheiße, das sind das Bogenschützen. Das müssen wir gleich mal loswerden, im Idealfall. Belagerungsturm? Oh, fuck. Belagerungsturm, mir setzt die KI selten ein. Das ist gemein. Nein, 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 die sollt, die sollt anzünden. Oh, Scheiße. Bitte macht das rechtzeitig. Na, klasse. Mach das Ding weg. Mach das Ding weg. Sobald die oben sind, ist hier Polen offen. Na toll. Jetzt wird die noch gewammt. Geht mal raus, bitte. Ach, du lieber Gott, ist das ein Spaß gerade. Warum, warum zündet ihr schon mit der... Zündet doch an. Diese Eigensinnigkeit der Truppen oftmals. Ach, das Blut ist kaputt. Oh oh, das wird knapp. Das wird knapp. Die kommen gleich hoch. Oh, nein. Oh nein, ich wollte da rein gespeichern. Ich hab nicht gespeichert, verdammt. Oh, fuck. Fuck. Ich will dich ein Stück zurück. Das Ding ist ja verloren. Ah, ich hab hier... Ich hab irgendwo noch die Kiniere. Okay. Nicht schlecht. Zurück, zurück, zurück. Oh, shit. Schon wieder die Beliebtheit. Das ist erst jetzt bemerkt. Wirklich. Nein. Nee. Das hier krieg ich nicht mehr gehalten. Geht mal zurück. Geht zurück. Geht zurück. Hier werde ich versagen. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab schon fast damit gerechnet, dass das nicht mit dem ersten Anlauf klappt. Der zweite Angriff von der Schlange hat mich einfach zu sehr kaputt gemacht. Ja, deswegen ist es diese Verbindung hier gekappt. Können wir zünden? Nee, wir können. So haben wir hier Feuer. Feuer gefällig? Feuer gefällig? Die Kiniere halten am meisten im Feuer aus. Das ist auch nicht unbedingt das Beste. Womit kann ich dienen? Das ist eine ideale Route. Ich warte noch ein bisschen. Jetzt. Fuck, das haben sie auch geschossen. Nee. Ach, du lieber Gott. Wenn ich wenigstens... Das wird ein Spaß. Bis jetzt machen sie nicht das Tor aus auf. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Wie zum Teufel. Der Feind hat die Mauer. Wir folgen euch. Wir folgen euch. Ah, jetzt wollen sie rein. Mist. Jetzt hab ich wieder das Problem mit den Bauern. Auf dem Bauer. Auf der Lauer. Rücken aus. Ja, bitte. Ach, du Scheiße, ey. Aber selbst wenn wir das überleben, wird er wieder aufbauen. Üble Sache. Mein Bogen ist euer. Wahrscheinlich muss Lodi gleich unten noch mithelfen. Wohin gehen wir? Dieser verfluchte Belagerungs... Äh, Sturmbock. Belagerungsturm auch. Die Belagerungstürme haben erstmal alles verursacht. Vor allem so viele. Genau, Schmied. Hau ihm den Hammer um die Umme. Perfekt. Eine Burg ist eine einzige Ruine. Das wird spaßig zu reparieren. Ihr kommt mal zurück. Ja, sag mal. Ist das euer Ernst, dass der Belagerungssturm stehen bleibt? Rücken aus. Der Eind hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Vier Bösewichte nenne ich. Ich glaube, so nenne ich das auch im Video. Die vier Bösewichte. Zack. Speichern. Ihr macht das Ding kaputt. Wenn ein leichtes mit Vergnügen hier. Das gibt's nicht, oder? Die machen das Ding nicht kaputt. Ach, scheiße. Ich fasse Belagerungstürme. Die schmecken doch gar nicht. Das hier haben wir noch übrig. Das hier haben wir auch noch übrig. Wir brauchen jetzt schnell wieder einen Bevölkerungszuwachs. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier großartig wieder aufbauen will. Schlechte Idee wäre es aber nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Verflucht. Das kriegen wir irgendwie nicht, ne? Wenn du versuchst, du's mal. Ihr versucht's auch mal. Ihr müsst ihn doch irgendwie kriegen. Den hast wir doch irgendwie kaputt machen können. Das war aber eben so. Ja gut, so scheint's zu funktionieren. Bogenschützen bereit. Ach stimmt, ich könnte bei dem Lagerungsturm hoch. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Ne, ich krieg den so nicht kaputt. Und weiter. Das ist nervig. Mein Bogen ist euer. Das heißt, ich muss den so zerschießen. Die darf ich nicht auch erreichen können, oder? Ja, ein bisschen. Mein Herr? Da oben gespannt. Waffen geschultert. Kommt, gehalten euch mal. Geht darüber. Hm. Hm. Wir haben schön viele Waffen, aber ich müsste erst mal die Soldaten ausbilden. Schaut's hier aus. Keine Steuern ist eine Sache. Aber wie wäre es mit einer kleinen Garten? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch irgendwas machen. Religion wäre eine Idee. Aber das kostet jetzt verdammt viel. Haben wir wieder viel Holz bekommen? So, ist nicht verkehrt. Würde ich mal glatt noch mal ein bisschen was platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Jetzt wird's spaßig. Also sobald jetzt eine Botschaft des Wolfs kommt, sind wir geliefert. Wenn's jetzt die nächsten Sekunden kommt. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ganz aussichtslos sieht's eigentlich noch nicht aus. Aber so ziemlich. Die Nahrung macht wieder Probleme. Hier haben wir sogar wieder aufgebaut. Hier funktioniert's auch noch. Hier müssen wir wieder zumachen. Ich weiß gar nicht, wie's überhaupt zu war. Ich mach einfach irgendwie zu. Ich glaub, hier war ein Turm. Ich glaub, hier war das Torhaus. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaub, das war tatsächlich so. Dann war das wohl eher so, ja. Ja, Nahrung. Oh Gott, die Beliebtheit geht schon wieder runter. Komm, ich kauf jetzt mal ein bisschen grundsätzlich Rohstoffe ein. Soll erstmal ein bisschen halten. Getreide. Könnt man nochmal eins mehr machen. Wär auch nicht verkehrt, ein bisschen mehr da zu haben. Käse. Äh, Käsereien hab ich ein paar verloren. Da könnte ich auch wieder ein paar platzieren. Der Weg ist ja nicht so weit. Könnt sich schon lohnen. Ich glaub, die Mangen würden grad mehr bringen. Ähm, hier noch einmal. Oh Gott, die unten ist ja auch offen. Ich glaub, hier war kein Torhaus, aber es ist besser. Das Torhaus. Wollen ja schließlich auch Leute zur Arbeit. Wir sehen's ja. So, ich brauche da noch einen Plan B52. Der heißt, ich zünde alles an. Obwohl ich lieber erstmal davon ein Feuerchen mach. Die Pechvorräte sind zu knapp, Seier. Jetzt jaul doch nicht so. Lass die Sonne wieder scheinen. Und los. Wir benötigen Gold. Äh, Gold wird uns auch Probleme machen. Macht uns gewaltig Probleme. Das tut mir zwar weh. Aber muss erstmal so gehen. Wir können immer noch Reserve-Schwertkämpfer ausbilden bei Zeit. Hier nochmal Ballisten. Vielleicht doch besser. Können von hier hinten nochmal zusätzlich Feuer geben. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Die Gackerliese. Hm. Kannst auch noch eins hin. Gut, wir kriegen hier noch einiges hin an Kuhfarm. So ist es nicht. Eine Botschaft des Wolfs. Ach du Scheiße. Ich werde euch töten. Euch und eure Männer. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein gewaltiges Problem. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch ein bisschen. Ich spreche ja trotzdem mal ab. Ich überschreibe auch. Wenn es jetzt schief geht, dann müssen wir sowieso nochmal ganz von vorne starten. Dann muss ich den Grund... ...einfach den ganzen Anfang ändern. Mehr fallen. Das ist ein Notfall. Wir müssen nochmal... Fallen, 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 fallen. So. Wir helfen. Belagerungsgeräte bemannt. Euer Gnad. Es werden Rekruten benötigt sein. Haben wir besetzt? Haben wir noch nicht besetzt? Haben wir noch nicht besetzt? Belagerungsgeräte bemannt. Dann dürft es fast hinhauen. Jetzt gerade die Tumgeräte mit am wichtigsten sogar. Was soll konstruiert werden? Ach du Scheiße. Wieso habe ich so einen Riesen... ...so einen Riesen-Schiss gerade vor dem, was kommt? Waffen geschultert. Ich fühle es irgendwie kommen. Mein Ende kommt angerollt. Ich habe keinen... Ich traue mich nicht zu gucken. Äh. Ach du Scheiße. Gut, viele Gepanzerte. Die dürften ja gut mit den Mangen runterdezimieren können. Hier werdet ihr auch schießen. Wichtig. Ziel im Visier. Da sind noch Leute. Jetzt machen wir schnell Armbusschützen noch. Wenn es nicht schon zu spät ist. Wir kriegen hier schon einiges weggeschossen. Viele dürften jetzt auch durch die Fallen dezimiert werden. schon wieder Goldprobleme. Wir haben ja zwar ein bisschen was nachgebaut, aber längst nicht genug. Wir brauchen mehr Geld. Ich brauche jetzt die Truppen her. Ach, das Ding ist nicht besetzt. Das Ding ist besetzt. Schießt ist kaputt. Zum Glück habe ich hier Ballisten aufgebaut. Boah, was der hier auch aufstellt. Äh, meine Wahnsinn. Wow, hier ist er schon gleich offen. Einfacher Wall. Vielleicht doch doppelt machen können. Die Balliste. Fokust mal raus. Amberschütz da hinten. Aber es geht. Ich könnte mir das machbar vorstellen. Die Panzer haben eben den Nachteil, da setzen mich keine Streitkommunfer ein. Die Panzer haben den Nachteil, dass sie tatsächlich sehr schwerfällig und langsam sind. Zumindest hier ein Stronghold. Bin zur Stelle. Ich wünschte, ich könnte auf irgendeine Weise noch Geld verdienen. Da haben wir hier noch ein bisschen was weg. Amberschützen ist gerade das A und O. Ist sind. Jetzt kommen die Fernkämpfer. Hier zünde ich glaube ich noch nicht an. Mehr Kohle fahren wäre nicht schlecht. Ich möchte auch ganz sicher anzünden können. Trotzdem machen sie es nicht. Mein Ogen ist euer. Aber ich muss sagen, das ist bis jetzt, abgesehen von der Ratte der Humanz, der Angriff bis jetzt. War der vom Schwein schlimmer? Weil die Armbotschützen hier gerade ziemlich nervig sind. Mach die mal weg. Zur Stelle. Gut, der kann ja von mir erst rammen. Kann rammen, bis er schwarz wird. Hm. Ja, solange es da oben ist, ist es in Ordnung. Es scheint doch noch zu funktionieren. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich schon das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Also bei einem Angriff der Schlange schon fast und beim Schwein war es eigentlich endgültig schon vorbei. Bei mir. Hätte ich hier schon? Ne, es lehnt sich noch nicht. Hier ein bisschen was. Ich würde noch warten mit Feuer. Tatsächlich. Wir schießen jetzt mal alle auf den Sturmbock. Gleiches bei dem. Das dürften wir noch so hinkriegen. Hier haben wir auch schon verteidigt soweit. Es läuft gut. Das schaffen wir jetzt, denke ich mal. Selbst wenn die jetzt durchbrechen. Ja, das reicht nicht, dass er stürmen kann. Habe ich hier irgendwo noch... Du. Beeil dich. Ich brauche dein Feuer. Feuer. Sehr schön. Hier kriege ich gerade nicht mehr. Hier auch nicht. Das habe ich ein bisschen verschlafen. Aber das kriegen wir abgewehrt. Ja, irgendwie der Angriff vom Wolf enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Da war der vom Schwein schlimmer. Tatsache. Also sehr viel mehr Verteidigung als beim Schwein hatten wir jetzt auch nicht. Minimal vielleicht. Mh... Haben wir noch kein Gold. Ja, aber jetzt können wir hier endlich mal mit Steuern hochgehen. Ja, komm. Ob ich jemanden anzünden kann. Mh... Blöd. Die laufen gerade doof. Ach, die Musik ist aber klasse. War noch nicht mal eine große Endschlacht jetzt auf dem Bergfried von Nöten. Am nächsten kam tatsächlich das Schwein ran. Achtung! Bereits eure Lordschaft! Einmal noch ein bisschen für den Notfall. Falls doch irgendwas schief geht. Aber normalerweise müssten wir sicher sein. Sicher genug. Äh... Boah, ich dachte schon, die sind jetzt oben. Ja, irgendwie hat der Wolf auch auf Belagungstürme verzichtet. Aber sie sind durchgekommen. Aber nahezu alle. Kurz vorm Exitus. Nein, 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 nein. Ich würde hier gerne anzünden. Bitte tut das für mich. Mh... Leicht versaut vom Timing her. Die brauchen auch zu lange irgendwie. Feuer gefällig? Aber hier kriegen wir noch was. Sehr schön. Jo, ich würde sagen, das hätten wir sogar geschafft. Ja, der letzte... Der letzte Angriff hat wirklich schmackes gefehlt. Ich meine, das waren noch fast zu wenige auch gepanzerte. Da hätte locker mit der doppelten Anzahl kommen können. Ach, da sind noch zwei. Mangel bereit, Sire. Ist ja gemein. Ziel im Visier. Und los. Unerreichbar. Na super, komme ich da nicht hoch? Ist da schon... Das ist doof. Jetzt? Waffen geschultert. Jetzt. Auch gut. Mein Herr? Sicher, jetzt habe ich irgendwo was reingeschlichen bei mir. Die müssten noch da sein, ja? Na, kommen wir sogar so hoch. Ach, die noch tot. Die Bogenschützen hier. Auch nur der eine. Eigentlich sind wir jetzt durch. Die beiden haben es noch nicht verstanden. Na gut, die haben den ganzen Angriff nicht richtig mitbekommen. Ihr denkt wahrscheinlich, die haben schon gewonnen und vergnügen sich hier bloß noch ein bisschen. Ja. Sind ja schon durch. Bin zur Stelle. Okay. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Geschafft? Yay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet nach einem Schwein. Aber... Ja. Wird sagen, Schwein gehabt, was? Hm. War dann eher eine kurze Aufnahme. Aber ich... Ne. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Wolf mache ich beim nächsten Mal separat, weil das wird lange dauern. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass wir es nicht beim ersten Anlauf schaffen. Beziehungsweise öfters laden müssen an irgendwelchen Stellen. Jawohl. Gewonnen. Wir sind siegreich, Sire. Ähm. Ja. Dann hätten wir das geschafft. Auch wenn ich nicht mal mitgerechnet hätte. Aber schön. Das waren die bösen vier. Ich nenne es aber die bösen vier oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der letzten Invasionsmap, zumindest was die Grundmaps angeht. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Das wird auf jeden Fall spaßig werden. Irgendwie erinnert mich das immer an Deutschland. Wenn ihr mal die Form anguckt, so. Es erinnert mich ein bisschen an die Form von Deutschland hier. Naja gut. Aber schön. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Bis dahin. Bye-bye. 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 Bye-bye.